Herzlich Willkommen beim Videocast der himmlischen IT von der Rachfall IT Solutions. Wir starten vom Boden und nehmen sie mit in die Cloud, ohne dass es ihnen schwindelig wird. Und nun viel Spaß! Hallo, mein Name ist Nils Kappen. Im folgenden Video möchte ich Ihnen einmal zeigen, wie Sie Ihr Windows Phone 7 an den SharePoint Online unter Office 365 verbinden. Dazu starten wir auf dem Windows Phone 7 auf dem Startscreen und klicken da zunächst auf Microsoft Office. Unter Microsoft Office gibt es verschiedene Anwendungspunkte. Wir switchen auf den Punkt SharePoint und klicken zunächst auf URL öffnen. Dort öffnet sich dann ein neues Fenster, wo die URL eingegeben werden muss des SharePoints. Hier ist wichtig, dass HTTPS eingeben wird. Das ist standardmäßig nicht drin, deswegen wird hier der Eintrag ergänzt. HTTPS, Doppelpunkt, Doppelslash. Und nun folgt der Name des SharePoints. Das ist in meinem Fall eben. Heben. 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 olabilir Config STApie点. Doppelpunkt, Doppel. Doppelslash. Doppelt Slash. HoSerham. Heben. Heben. ullah. Heben. 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 weiter und das Handy versucht die URL zu öffnen. Wenn das funktioniert, möchte er von mir die Login-Daten meines Office 365 Accounts, ich mach's mal ein bisschen größer, die Online-Services-ID, das ist bei mir N. Und anschließend möchte er noch mein Kennwort haben. Anschließend sehe ich unter SharePoint den Namen des SharePoints, himmlische IT und sehe dann die einzelnen Listen, die Ankündigungen, Aufgaben, Formatbibliothek, Formularvorlagen, freigebende Dokumente, Hyperlinks, Informationen. Ich kann nun zum Beispiel in die Ankündigen gehen und mir dann dort die dementsprechenden Einträge öffnen. Ja, das war's auch schon von meiner Seite aus. So verbinden Sie Ihr Windows Phone 7 mit Ihrem SharePoint in Office 365 und somit halten Sie Ihr Windows Phone 7 stetig auf dem neuesten Stand. Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal.